Ich nutze Medien, weil sie unterhaltsam sind und damit ich mich nicht langweile. Und ich lese öfters, ich sehe Bücher und E-Books als Medien unter anderem. Und ich lese meistens im Zug, vor allen Dingen, wenn ich länger fahre. Meine Lieblingsmedien sind mein Handy und Bücher. Ich nutze mein Handy, wenn mir langweilig ist und keine Lust hat, was zu lesen. Meine Bücher nutze ich, um mich weiterzuentwickeln. Ich nutze Medien, weil ich damit meine Langeweile vertreibe und weil sie oft sehr informativ sind. Also ich lese sehr gerne Bücher und sehr viel. Ich bin auch sehr gerne im Netz unterwegs und schaue auf YouTube Videos an oder lese online. Ich nutze Medien, weil ich sonst langweilig habe und ich nutze manchmal Bücher, mein Handy, manchmal Laptop. Und ja, also ich nutze die, weil es wäre halt ohne langweilig und man lernt auch manchmal viel und ja. Also wir benutzen Medien, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Und um uns die Zeit zu vertreiben einfach, wenn man unterwegs ist und in der Bahn sitzt, dann möchte man sich auch die Zeit vertreiben. Also ich nutze Medien, besonders YouTube, Instagram oder Snapchat, weil man sich halt mit Freunden austauschen kann und auch lustige Videos schauen kann und Videos aufnehmen kann. Also ich nutze YouTube, Snapchat, Instagram und Twitter. Bei Twitter bin ich eigentlich nur so, dass ich das habe, weil ich so ein bisschen da gucken will, was in der Welt gerade so passiert. Instagram nutze ich, um Fotos von Freunden zu sehen und damit Freunde meine Fotos sehen zum Beispiel. Snapchat, um zum Beispiel Bilder an Freunde zu schicken oder Videos aufzunehmen und mit Freunden in Kontakt zu bleiben. Und dann nutze ich halt nur WhatsApp, was man so jeder jetzt in dem Alltag im Moment benutzt. Ich nutze Medien, damit ich mit Leuten in Kontakt bleiben kann oder noch Medien, darunter Bilder oder Spiele. Ich nutze die Medien WhatsApp, Facebook und YouTube, weil, ja, keine Ahnung, ich nutze sie einfach. Ich nutze die Medien YouTube und WhatsApp. YouTube, da macht es mir Spaß, Videos zu gucken, am besten irgendwelche Comedy-Videos. Und WhatsApp, weil ich da dann mit meinen Freunden chatten kann. Ich nutze Medien, weil ich dadurch meine Langeweile überbrücken kann und die Zeiten, in der keine Freunde da sind, überbrücken kann. Ich nutze Medien, weil ich unterhalten werden möchte und Infos halt über das Internet erfahre. Ich nutze Medien, wie zum Beispiel YouTube, weil ich es interessant finde, da neue Videos zu entdecken. Und ich finde es schön, dass es da so eine Vielfalt gibt und man wirklich zu jedem Themenbereich irgendwas sich angucken kann. Ich nutze Medien, weil heutzutage ist es sehr praktisch, zum Beispiel das Internet zu benutzen, um Informationen herauszusuchen. Heutzutage ist ja auch sehr viel im Internet. Es gibt ja kaum noch Sachen, die nicht mit dem Internet verlinkt sind. Und aus Büchern gibt es natürlich auch noch Informationen, aber nicht mehr so viel. Deshalb finde ich eigentlich das Internet sehr praktisch und ich benutze das Internet auch sehr viel. Vielen Dank. Vielen Dank.